So Leute, willkommen zurück zu Pokémon 100 Golden Haselock Challenge. Oh yeah, im letzten Bar sind wir hier in Lavandir angekommen und haben uns sehr ausführlich darüber ausgelassen, dass sie den schönen Friedhof zu einem Radioturm umgeformt haben. Naja, wir wollen mal diese Route hier abgehen und wissen, wie gegen die Trainer fetzen, die es hier so gibt. Nämlich zum Beispiel mit you, denn es werden bestimmt wieder Wassertrainer sein, die Wasser Pokémon einsetzen. Ja, sehr bewässernd. Wollen wir sie mal elektrisieren, damit würde ich mal sagen. Erinnerst du dich noch? Was, 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 was? Damals 1962? Keine Ahnung. Ich war das nicht gewesen, Mann. Du verwechselst mich, Angler Alain, mit deinem Goldini, Goldini. Oh, wow. Das ist sehr seltsam, wenn jemand einen Goldini einsetzt mit den Worten, erinnerst du dich noch? Hier, Goldini. Äh, ja. Wir sollten das gegebenenfalls einfach so im Raum stehen lassen, dieses Goldini schnellstmöglich besiegen und ihm dann, äh, den Rücken zu kehren, beziehungsweise, das ist natürlich aber schon, was er meint. Ja, also der hat noch zwei, okay. Er hat noch weitere Goldini, okay, das wird immer schlimmer hier. Das wird ja immer schlimmer. Was will er uns damit bloß sagen? You, die Flinklaue, yay! You setzt den Ladungschoß ein, das ist wirklich unglaublich. Guck dich durch diese Attacke an. It's super effective. Goldini wurde besiegt. You erhält Punkte, aber leider kein Level abgleich, auch nicht Oh, ein Baldorfisch. Äh, two goldians and one Baldorfisch? Ich weiß grad nicht, was auf Englisch heißt. Äh, is squillish, squillish, oder so, quillfish, keine Ahnung, irgendwie so ähnlich. Ach Gott, it's super effective again, auf jeden Fall. Und ich kriege noch weniger Erfahrungspunkte. Was soll das denn sein, jetzt hier? Du erinnerst dich? Was denn, was denn, was ist dein Problem, Mann? Gib mir eine super Ange, wenn du schon mal dabei bist. So ein wunderbarer Kampf, möchte mein Leben lang nicht vergessen. Ich weiß, würdest du mit mir telefonen und man... Oh, so viel dazu. Na gut, ich hab doch schon so viele Angler. Jetzt ist alles in Ordnung, da hätte ich dich nicht vergessen. Dieses Reißen an der Angel, der dein Pokémon angewissen hat, das ist das Schönste für einen Angler. Achso, darum ging es also. Ähm, okay, whatever. Wollen wir den herausfordern? Hm, was willst du denn? Hm, der Wind hat sich gedreht. Oh ja, der Wind hat sich gedreht, mein Freund, und wie er sich gedreht hat. Der Wind wird aber trotzdem noch gegen dich spielen, denn deine Vogelpokémon werden genauso gegrillt werden, wie die Wasserpokémon. Hm, 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 hm. Mir fällt gerade auf, wir haben das ganze Spiel über bisher kein einziges NATO gesehen, so in freier Wildbahn. Hm, wo gab's die denn nochmal? Gab's die nicht sogar bei den Alfruinen? I don't know this. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Xato haben wir das erste Mal bei Willi gesehen, bei den Top 4, das ist ja gar nicht so lange her. Aha. Hm, glaube ich jedenfalls. Ich könnte mich an keine andere Situation erinnern. Didi 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 didam, 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 der war 51. Sehr, sehr schön. Und Lichtschild. Das ist glücklich, aber nutzlos. Also für unsere Situation jetzt. Das heißt, ich glaube sogar, könnte das sein, oh Gott, ein Nocturne, oh no. Die nächste Attacke könnte dann tatsächlich schon die Juwelenkraft sein. Das hätte was uber, uber aus. Ja, das wäre voll uber. Nee, das hätte was sehr Schönes, auf jeden Fall. Weil ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Über den Fokusstoß. Dann habe ich zwar nichts mehr für und nichts Pokémon dabei, ich hoffe mal, beziehungsweise ich glaube zu wissen, dass ich nicht mehr gegen irgendwelche Schlimmachtare antreten werde in diesem LP. Also, Ja, da atmet er erstmal ganz, ganz tief aus. Und dann tue das mal. Isaac, möchtest du vielleicht mal kämpfen? Hier sind Wasser-Pokémon, ja gut, aber naja. Dann vielleicht nicht unbedingt, dann vielleicht nicht ganz so gut, aber nehmen wir Jesse. Vier Level noch nach zur Psychikinese. Meine Güte, das hat aber lang gedauert. Geduld ist das Zauberwort. Das gilt für Angeln und für Pokémon. Indeed. Vor allem beim Züchten, oh Gott, da ist auch Geduld gefragt. Sehr, sehr oft jedenfalls. Remorite. Ich kann es auch noch betonen. Damit hat mich immer verstört, wie dein Remorite zu einem Tintenfisch wie Oktillerie werden konnte, aber ich fand das ja irgendwie schon schön, ne? Konfusion! Und ich denke mal, ihr habt besiegt. Hohohoho. Oh, das kommt da. Oh, da ist auch schon das Oktillerie. Nicht, dass der jetzt hier mit Energieball ankommt oder sowas. Oh mein Gott, das wäre fatal. Nein, fatal wäre das nicht, aber es wäre auch nicht so nicht schön. Hm, vor allem, weil die Konfusion nicht ausreichen wird. Gegen einen Oktillerie. Oktazuka. Ach ja. Wieder so ein Zicknitler-Move. Es ist schön, dass er einen hat. Genauso wie, also was heißt, er ist nicht nur für Oktillerie, aber es ist schon eine Attacke, die nur sehr wenige Pokémon haben. Cidreking hat zum Beispiel auch. Und ich glaube noch eine andere... Tenthal? Tentoxa? Keine Ahnung. Ne, glaube ich nicht. Aber die Attacke ist nutzlos, weil es sehr viel bessere Alternativen gibt. Schade, schade, schade drum. Oh Gott, jetzt bin ich einfach in den Doppelkampf reingerannt. Das wollte ich doch gar nicht. Dann Max auch noch. Hm, dann mal los, ich werde Gina zeigen, was für ein toller Kerl ich bin. Max sieht so cool aus, wenn er im Kopf alles gibt. Der Blick ist mein Liebenselixier. Wow, erst Noctu und dann kämpfen wir gegen einen Trainer namens Max. Sag mal, wollt ihr mir eigentlich voll right in the fields und so? Oh, guck mal. Gut, dass die keine Wasser-Pokémon haben. Das ist ja... Ha! Meine Güte, das ist ja schon fast perfekt. Allerdings trifft Surfer auch Isaac. Jo, das ist dann nicht ganz so perfekt. Hm. Na gut. Dann können wir uns erstmal das Sonnenflora. Und das mag. Man wird schon sehen, was davon hat. Ich hätte natürlich auch einfach Erdbeben machen können, aber... Nee. Nee, 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 nee. Wollen wir erstmal die potenzielle Gefahr aus dem Weg räumen. Also potenziell bitte in ganz, ganz viele Anführungsstriche setzen, denn wirklich gefährlich wäre es sonst Flora nicht gewesen. Naja. Dann macht es den Sonnentag. Das müsste ja auch nichts mehr, weil du im nächsten Zug down bist, wenn die Konfusion... Nein, die Konfusion wird nicht reichen, aber... Ja, ja, ja. Dann werden wir gleich einen nichtseffektiven Flammenwurf machen. Der Zersterber dafür steppigt und außerdem der Sonne nochmals stärker wird. Insofern... Besser als alles andere, was wir tun könnten. Der Flammenwurf, Isaac. Nö, 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 nö. What? Okay, ich glaube, mein Handy macht komische Geräusche gerade. Auf jeden Fall hat er einen angerufen. Das ist sehr effektiv. Nicht, äh, nicht sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Ja, genau. Almost. Buhu, so viel mein Wimplimplan. Hoppla. Wow. Was war das für eine Stimme? Äh, Mama, hast du wieder tolle Items für mich gekauft? Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Ja. Das sage ich aber einfach nur so. Natürlich wäre es nötig gewesen. Das muss unbedingt. Ich brauche hier tolle, wertvolle Items. Und dann ist noch ein Angler, der bestimmt auch mal kämpfen möchte. Na, wie geht's dir? So aufs Meer hinaus starren und dann auf einmal von einem... Oh, was? Ah, wollte schon sagen. Der ist ja kein Trainer, aber stimmt ja. Die Angler muss man ja so ziemlich alle irgendwie von selber an quatschen. Wenn sie nicht gerade in eine Richtung schauen. Also in die Richtung, in die man selber schaut, schaut. Hallo. Ich surfe dich an die Wand, mein Freund. Ja, reicht das für einen One-Hit-K.O.? Ich sag nein. Okay, dann reicht es doch für einen One-Hit-K.O. Na gut, sieben-Level-Unterschied sollte man vielleicht nicht unterschätzen. Da ist immer noch Jesse hier. Es ist Jesse. You know Jesse. Also ich bin ja leider auf dem Surfer festgesetzt. Allerdings, Wahlglas plus Step, auch wenn es nicht so effektiv ist, wird wehtun. Ja, das war abzusehen. Vor allem bei, jetzt sind es sogar schon zwölf Level-Unterschied hier. Also, nee, 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 nee. So macht ihr aber keine wirkliche guten Eindruck hier. Und was kommt da? Ein Tentox? Oh. Ja gut, das wird den Surfer überleben. Aber da ist gerade ein Mensch, das ist schon drin. Habe ich überhaupt das Wahlglas? Nee, habe ich. Okay, wollte gerade schon sagen hier. Ich bleibe mal trotzdem beim Surfer. Das ist trotzdem kein Problem hier. Hör ruhig, deine Verteidigung stark. Wir haben eh kaum Pokémon, die physisch angreifen. Eigentlich nur Isaac, teilweise. Und, äh, Erika. Wow, das war ganz schön viel. Respekt, Jesse. Respekt. Wir bewegen uns gerade auf die Gift-Arena zu. Kann das sein? Also auf Janina oder Janine oder Janin oder whatever. Irgendwie sowas ähnliches. Sie ist die. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Ist nicht so effektiv. Denn Tochter wurde besiegt und wir halten die Punkte dafür. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich hätte das Radio ausschalten sollen. Hätte ich vielleicht nicht verloren. Ja, das wäre vielleicht mal klug gewesen. Mann, du Trottel. So, ähm, Isaac, du bist der Einzige. Ja, toll. Auf einer Wasserroute. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie? Hm. Isaac, kannst du trotzdem kämpfen? Fühlst du dich bereit? Ups. Hm? Isaac kriegt was mit dir? Oh, ja, klar, gerne. Gib mir das. Und es ist ein... Eine Engschuppe. Was ist auch immer eine Engschuppe? Ist das sowas wie eine Multischuppe? Oh, je. Eine tragbare... Oh, das wäre verdammt. Das wäre... Verdammt. Gebannt wäre das. Keine Ahnung. Das wäre auch ziemlich heftig auf jeden Fall. Bist du hier auf der Durchreise? Ist das so gelingen? Aber deswegen konnte ich da nicht weitergehen. Ich wollte gerade sagen, warum bin ich hier eigentlich nicht gewesen? Aber stimmt, das... Oh, das ist doch ganz schön verwittert hier mittlerweile. Wie wieder einfach keiner mehr um das Gebiet zu kümmern scheint. Nee, 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 nee. Na jedenfalls, erst mal Schluss mit der Wasserroute. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen Trainer, gegen die Isaac auch etwas mehr machen kann. Wie zum Beispiel diesen Psycho da oben. Ich kriege... Ah, stimmt. Unser Ruten-Pokémon erst mal. Riten. Ruten-Pokémon. Ein Traumato. Hatten... Nee, hatten wir noch nicht. Okay. Alles klar. Dann ist das kein Problem. Wir müssen uns nur irgendwie fangen. Vor allem müssen wir uns irgendwie schwächen. Brrrr. Ich schätze mal... Hm. Wobei, Hammi. Ja, egal. Mal gucken jetzt mal. Ich schätze mal, mit Schwächen wird das nicht allzu viel werden. Aber wir könnten es einschläfern. Und das werde ich jetzt auch versuchen. Aussetzer macht er. Tö, tö, tö. Guck mal hier. Hypnose. Und es pennt erst mal weg. Tormato ist eingepennt. So. Dann lassen wir doch einfach mal den Ball, das Übrige, machen. Hm. Hm. Super Ball. Wird bestimmt reichen. Komm schon. Das geht doch, oder? Das geht doch. Ding, 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 ding. Oh. Nope. Da habe ich ein bisschen... Hm. Ein bisschen Traumatos Fangrad unterschätzt. Ich versuche es trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich einfach nur Pech. Hyper Ball. Na gut, Pech hat man generell immer, wenn das Pokémon ausbricht. Also war das gerade eine ziemlich relativ doofe Aussage. Aber egal. Ihr wisst, was ich damit meine. Guck mal, das sieht doch schon besser aus. Jawohl. Klasse Mann. Traumato wurde gefangen. Yay. Und für Traumato war ein Eintrag im Pokédex angelegt. Hast du gut geträumt und kannst dich nicht erinnern? Hat ein Traumato deinen Traum gefressen? Nett. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Traumato sogar nur Albträume frisst. Hm. Okay. Es ist weiblich. Wir fallen jetzt spontan ein paar Namen ein, die ich noch nicht vergeben habe. Aber ich weiß nicht, ob ihr Traumato mögt. Also ich finde Traumato ja ganz schön. Außer seinen gruseligen Pokédex Eintrag in Feuerrot. Aber sonst ist Traumato und Hypno schon nicht schlecht. Weiblich. Ich hoffe, du magst das. So, dann nenne ich dich nämlich jetzt Travelly. Das ist immer nur so eine Gefahr. Ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung, ob du dieses Pokémon magst. Ich hoffe ja. Ansonsten kriege ich wahrscheinlich eine Faust ins Gesicht oder so. Na, sorry. Travelly Voterbox übertragen. So. Dann wollen wir mal gegen den Psycho-Reds kämpfen, was wir eigentlich die ganze Zeit vorhaten gerade. Wir alle einfach lang eiern. What the fuck, man? Was willst du denn für eine? Ich bin dein Trainer. Äh. Hey, mach hier nicht ein auf Red, Mann. Das darf nur Red selbst. Nur Red darf einen auf Red machen. Moment, was? Das ist eine Aussage, die gar keinen Sinn ergibt. Aber Marcel auch noch. Was sind das für Referenzen heute? Der ganze Part ist eine einzige Referenz, habe ich so das Gefühl. Nen Flammenwurrf. Ich mag meine Eier gerne hart gekocht. Duk, 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 duk. Oh, jetzt habe ich sie leider verkochen lassen. I'm so sorry. Auf jeden Fall gibt das ein Level-up für Isaac. Yay. Yay. Level 51. Gibt es eigentlich die Safari-Zone hier noch in Fuchsania City? Hat das Spiel also quasi zwei? Oder wurde die nicht sogar zugemacht? Ich habe keine Ahnung mehr. Da sieht man mal, wie gut ich mich noch dran erinnere. Aber ich kann es noch mal sagen, der Flammenwurf kommt schön aus Isaacs Mund. Das ist passend, die Grafik. Sehr, sehr passend. Und oh, weil wir besiegt, man. Super Effective und Tresikowski. Yay. Das waren jetzt schon fast gute, harte Eier. Versuchen wir es nochmal. Oh, nee. Jetzt dürfen wir es nochmal versuchen, weil jetzt werden die Eier zu einer Palme mit Kokosnüssen. Kokowai, Flammenwurf. Nium, 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 nium. Und ich würde mal glatt behaupten, dass du jetzt down bist, mein Friend. Nicht wahr? Natürlich. Na gut, bei dem Level-Unterschied, das ist jetzt nichts, was irgendwie verwunderlich ist. Nicht mal ansatzweise. Und Marcel wurde besiegt. Nice. Lä, 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 lä. Macht der voll einer Fred, der jetzt sachgefälligst mal was? Ich schleun so kurz die Augen und schwupps, schon hat dich verloren. Ah, okay, gut. Wollte schon sagen, wenn er jetzt gar nichts gesagt hätte, also in keinem einzigen Dialog, dann, 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 dann hätte ich den als Übel genommen. Hier, ja. Ich schluck dort schlecht, wenn ich mit meinen Shorts durchs Gras laufe. Und mal wieder ein Teenager, der von seinen Shorts redet. Meine Güte, das ist ja etwas, was wir noch nie hatten in irgendeiner Pokémon-Edition. Auf gar keinen Fall. Oh, ein Sandamea. Das Sandamea ist natürlich rein theoretisch sehr effektiv, aber der Flammenwurf wird trotzdem ausreichen, um es mit einem Schlag zu besiegen. Hallo Sandamer und tschüss Sandamer. War nett, dich kennengelernt zu haben. Jupp, auf jeden Fall. War doch abzusehen. So, und was ist dein nächstes Pokémon? Oh Gott, diese Erfahrung. X-Bud. Oh. Also dafür, dass du nur irgendein komischer Teenager bist, hast du ganz schön starke Pokémon. Respekt dafür, Digge, aber es nützt dir leider nichts, weil das X-Bud trotzdem gegrillt wird. Achtung. Und jetzt sinken die KP langsam und langsam und langsam und langsam mit Wodenlose Messina. Okay, dass er das überlebt war, leider. Es ist nichts, was mich überrascht, sage ich mal. Dass der Windschirn zu wenig abzieht, ist allerdings auch nichts, was überrascht. Also, passt das schon. Wir machen hier erstmal einen netten Fledermausbraten, indem wir das X-Bud besiegen mit dem Flammenwurf. Ja, genau so muss man dir Takke betonen, den Flammenwurf. Oh, weh mir. Oh, die Russen sind da. Ich habe mich gut geschlagen, oder was hat er gerade gesagt? Aus dem Werner-Film, wer den noch kennt. Ach ja. So. Erika. Du hast schon lange nichts mehr gemacht. Schon lange gleich in diesem Part. Ich will kurz gucken, ob da oben ein Item ist. Sieht so verdächtig leer da aus, wobei hier alles verdächtig aussieht, weil er alles verwittert hat. Er trägt sogar ein Hypno. 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 Vielleicht war es auch nicht ganz gut, so, dass ich das, dass ich, ich meine, sorry, wegen des Namens meine ich, aber Hypno ist eigentlich ein cooles Pokémon, nur hat es einen komischen Eintrag. Aha, da liegt doch was. Das ist ein Beleber. Also in Feuerrot hat es einen komischen, na egal, es ist schon creepy, ja, ich gebe es ja zu, es ist ein creepy Pokémon, I'm sorry. Guck mich bitte nicht an. Ich muss gleich, so, jetzt darfst du. Für ein Pokémon-Trainer ist Mogeln-Tabu, liefern wir uns einen fairen Kampf. Ich mogel nicht, ich habe nicht meinen Muggelbaum. Ah, der war so schlecht, ich habe den nicht bei eigentlich wirklich. Nein, ich fange hier keine Aufmerksamkeit. Ein Fucano. Na, kaum packe ich Erika wieder nach vorne, kommen die mit solchen Pokémon. Das ist, als hätten sie es geahnt und wollen quasi. Sie schreien mir ins Gesicht, bitte, hier, besieg mich, schlag meine Pokémon. Mach ich doch glatt. Guck mal, das Erdbeben würde ich nämlich jetzt erstmal wieder auf den Grund des Bodens zurückholen, beziehungsweise es würde ein Loch in den Boden reißen und dann fällst du daran und bis dann auf den Grund des Grundes. Also, eine härtere Erkenntnis gibt es gar nicht, wenn du so willst. Also solltest du dankbar sein, dass ich dir diese Chance gegeben habe, lieber Frieda. Huch, was ist das Seat? Goldgewinn auf jeden Fall wieder mal. Millionen von Geld. Oh, das ist wieder ein Psycho. Und ein wildes Pokémon ist ja, ich habe hier immerhin schon einen Schritt in das Gras gepackt. Da sollte man auch meinen, dass man es verdient hat, jetzt neue Pokémon zu treffen. Fliehen bitte, du bist entkommen. Hi. Ich kann jetzt alles sehen, ich kann direkt in dich hinein sehen. Also man, wir fassen zusammen. Ein verwitterter, eine verwitterte Route, auf die kein, John. Also ich sag's doch, der ganze Part ist eine einzelne Referenz. What happened? So, dich werde ich trotzdem mal mit dem Eisenschweif bearbeiten und nicht mit dem Walzer. Denn der Walzer ist für mich eigentlich so eine Last Resort Attacke. Also quasi, wenn gar nichts mehr geht, dann, dann greife ich zum Walzer. Aber der Eisenschweif wird nicht reichen. Oh Gott, der reicht nicht. Es reicht nicht. Nein, es reicht nicht, zu meinem Bedauern. Egal, ich wollte gerade was sagen. Und zwar, wir fassen zusammen. Eine verwitterte Route, die früher stark belebt war, ist jetzt nur noch bewohnt von irgendwelchen Psychos und ein paar Teenage, Menschen dazwischen. Wow, Erika, durch die Verwundung durchkommen und noch mit dem Eisenschweif treffen? Das ist löblich. Das ist sehr, sehr löblich. I'm so proud of you. John wurde besiegt. Dass du so stark sein würdest, konnte ich nicht vorhersagen. Ja, vielleicht erst mal vorhersagen sollen das. Ach, keine Ahnung. Da fällt mir nicht mein passender Spruch zu ein. Hallo, Relaxo. Das große Pokémon schläft tief und fest. Dann soll es weiter pennen. Oh, da geht's runter noch. Ich steig mal hier vom Fahrrad. Da kann man sich ja keinem Moment bewegen. Stimmt's, Erika. Erika zuckelt. Gut gelaunt sind da die Herr. Ja, das freut mich doch. Das ist doch eine schöne Sache. Wenn unsere Pokémon gut gelaunt sind, dann... Oh, Anja City? Achso, guck mal. Ein Kletthorn. Ich werde aber trotzdem noch nicht ins Wasser gehen, weil, wie gesagt, da könnte ich gegebenenfalls noch ein Pokémon fangen, welches ich eigentlich sehr, sehr gerne hätte. Aber dafür bräuchte ich endlich mal die Superangeln. Mann, wo kriege ich die denn? Also, wenn die noch da ist, wo es sie früher gibt, dann müsste ich sie ja bald bekommen, weil dann bin ich ja schon auf der Route quasi gewesen. Nur das gilt es gleich herauszufinden. Wow, ich habe kein wildes Pokémon mehr getroffen. Das ist ja sehr, sehr beeindruckend schon beinahe. Wenn es nicht was total Gewöhnliches und unspekuläres wäre, dann wäre es beeindruckend. Indeed. Ja, aber leider ist das nicht so. So. So, 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 so. Hier müsste ich jetzt das bekommen, oder? Bitte. Ich bin der jüngere Bruder, das Profilangeln. Das ist so, wie man aus der Wasser am Angeln hat. Na, da gerät ich mir die Prüfe, meinen scharfen Blick, was Menschen angeht. Ja. Mir als kleines Geschenk und an den Anglern. Ah, dumm, 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 dumm. Schön. Gerade noch drüber geredet. Und da haben wir endlich die Superangeln. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch in Joto versuchen, Sepa zu fangen. Und das Pokémon, was ich noch fangen möchte, versuchen zu fangen. Yay. Habe ich schon erwähnt? Lampi? Lantorn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, hallo, du da. Dich möchte ich noch besiegen. Flap, 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 flap. Ja, zum Glück hast du es mit L gesagt, mein Freund. Zum Glück hast du doch noch ein L in das Wort reingepackt. Ansonsten hätte ich mir ernsthaft Sorgen gemacht über deinen gesundheitlichen Zustand, über deinen geistigen Zustand wohl eher, dass du da einfach mitten am Ufer stehst. Tausende Angler und, was weiß ich, auf jeden Fall kommt jetzt hier die Stärkeattacke. Und? Ah ja, stimmt. Mit der, mit der ewig langen Animation. Spiegeltrick. Oh yeah, Spiegeltrick. Glaubst du, ich habe Angst davor, dass du mich mit Stärke angreifst? Ich habe eine unglaublich hohe DEF. Und die wird, ja, sich bezahlt machen, wollte ich gerade sagen. Zwar kriegst du einen Step da drauf, aber im Endeffekt, im Endeffekt kann dir das doch egal sein. Stärke, Ibitac wurde geschlagen. Ibitac hatten wir auch noch nie in irgendeiner Art Challenge, obwohl das auch ziemlich toll wäre. Ibitac ist ein schönes Pokémon. Ja, doch. Habitac sieht ein bisschen öde aus. Also, was ist öde aus? Habitac ist halt da. Habe ich jetzt nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aber Ibitac mochte ich immer sehr gerne. Außerdem ist es eines der wenigen Pokémon, welches sinnvoll den Bohrschnabel benutzen kann und dazu noch Schlagbohre. Allein deswegen möchte ich es mir schon mal trainieren. Aber, naja, muss ich dann erst mal schauen. So, und ich sollte vielleicht Erika jetzt erst mal wieder eine Auszeit gönnen. Ja, sieht nämlich schon wieder nach Wasser-Pokémon aus. Mh, Celi. Gut, Leute, ich würde aber sagen, bevor wir weiter gegen Wasser-Pokémon kämpfen, am Ufer lang eiern und so weiter. Ja, stimmt, Celi. Zuckert gemütlich hinterher. Also, ihr zuckert alle lustig rum. War es das erste Mal mit Pokémon Heart Golden Asalock Challenge für heute. Im nächsten Part gehen wir diese Route weiter und guckt doch mal, ob wir tatsächlich dann schon bei Infoxania City ankommen. Mhm. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.